Man wird einfach nur reduziert auf das Äußere, und das kann ja dann auch nicht sein, sondern es ist ja auch sehr wichtig, dass man sich darüber definiert, welche Meinung man auch hat. Nicht nur, dass man sich sagt, ach, du bist ja so und so, den muss ich dann irgendwie auch seine Meinung verbringen, weil er ist ja auch stärker als ich, und so weiter, das kannst du ja dann auch nicht sagen. Das sind solche Bücher, die ich auch gefunden habe, im Internet zum Beispiel gibt es sehr viel Syntolöl, da gibt es welche, die sich dann die Tuskulatur dann aufspritzen und so, Also, davon kann ich mich nur sowieso abraten, sich zu sagen, ich gehe ins Internet rein, und da werde ich dann das eine oder andere da irgendwie bestellen. Was ist fertig? Nee, nur zurück. Also, aber auch, der Arm sieht auch nur eine Medikamente drin oder so? Wir machen das, das ist eigentlich sehr bekannt zur Zeit, so Bodybuilding und so, und er hat halt einfach mal die Schattenseiten aufgezeigt, und das finde ich eigentlich ziemlich wichtig. In den Reaktionen der Schüler hat man auch gemerkt, dass die sehr geschluckt haben. Man merkt Herrn Börjesson auch an, dass er durchaus eine, naja, getroffen ist, eine betroffene Person. In einem Fitnessstudio, Clubbesitzer Dieter Heuer lieben Dopen, um den dicksten Oberarm zu haben und daraus ihr Selbstbewusstsein ableiten. Jörg Börjesson aber weiß, wie gefährlich dieser Weg ist. Jörg Börjesson ist gestern nach seinem Vortrag nicht wieder zurückgefallen, sondern in Berlin geblieben, um uns einige Fragen zu beantworten. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und wir sehen die ganzen Resonanzen, die ich hier erfahre, auch von jungen Mädchen, die Probleme beschäftigt. Und dass ich da selber Missbrauch im Bereich Medikamente da gemacht habe, wurde mir ja erst mal nach Jahren erst mal so richtig klar. Weil ich habe die Sachen nicht von einem dreckigen Dealer von der Straße bekommen. Da sehen wir die Bilder von Ihnen früher. Ja, das ist Wahnsinn, das ist schon unglaublich. Dass mir da eine weibliche Brust gewachsen ist, ein Mensch, der einen männlichen Körper haben wollte. Ich habe da vorher viele Sportarten verstanden.